Engagier dich mit der Anpacker-App in deiner Nachbarschaft. Das ist Bernd. Bernd ist 45, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet in einer Bank. Neben seinem Job möchte Bernd sich gerne für andere Menschen in seiner Stadt engagieren. Aber wo kann er sich am besten einbringen? Er hat gehört, dass es für Leute, die mit anpacken möchten, eine App gibt. Nachdem Bernd die kostenlose Anpacker-App für sein Smartphone installiert hat, findet er viele spannende Gesuche für Zeit- und Sachspenden in seiner Nachbarschaft. Über den Filter der App findet Bernd gezielt Projekte, die zu ihm passen. Bernd kann gut Dinge organisieren und mit Zahlen umgehen. Spaß gemacht hat es ihm, wenn er früher seinen Kindern etwas vorgelesen hat. Er wählt die entsprechenden Merkmale aus und findet auf der Karte schnell ein passendes Zeitspenden-Gesuch. Ein Verein in Meppen sucht Unterstützung in einem Sprach- und Lernprojekt für Kinder mit Migrationshintergrund. Bernd klickt die Telefonnummer und sein Smartphone stellt direkt eine Verbindung mit dem Verein her. Hey, ist das? Ist sehr nett. Die beiden vereinbaren einen Termin für ein Kennenlern-Treffen. Werde zum Anpacker und finde wie Bernd das passende Projekt in deiner Umgebung. Werde zum Anpacker.